In Zerbst wären Regeländerungen zwar dringend nötig, doch dafür hat Nathalie keine Zeit. Sie möchte Tauschmann Christian beweisen, dass sie sehr wohl ihren haushaltlichen Pflichten gewachsen ist. Doch Christian macht eine grausame Entdeckung. Oh, was ist denn das? Hat die mein Brötchen kaputt gemacht? Wir sind alles an hier! Wir sind alles an hier! Wir sind alles an hier! Ich wollte es dir ganz an hier! Es ist Glück! Ich kann es nicht mehr hören! Und dann fängt sie los zu brüllen, aber wie ein Irrer, ehrlich, wie ein Irrer, wegen seinem Brotbrettchen. Das war, sag ich mal, bloß ein lumpiges Brötchen. Das ist bloß ein Brötchen, ja, ich weiß, aber sie hätte mir das sagen können, wenn es beim Abwechern kaputt geht. Es wird nicht einfach was Milch nennen, was ich nicht weiß! Ich hole dir ein neues, dreh mich ab! Das ist nur ein Brötchen, ich wollte es dir sagen. Das ist mein Inventar! Dieses Brötchen hat 2,50 Euro mir gekostet, damit ist das viel Geld! Zurück! Gebe ich dir sofort zurück! Ich habe sie gestern noch rausgeworfen! Ich bin nicht mehr klar, ich kann von ihr! Ich möchte abbrechen, ich möchte meine Koffer packen, ich möchte sofort nach Hause! Ich fiss nicht mehr aus! Tschüss, Hasi! Tschüss! Wir freuen uns, und bis bald! Geht nicht mehr! Ich breche Ab, ich war nach Hause! Ich kann nicht mehr! Mir ging es da soweit ganz gut, ich habe mich damit alle gut verstanden, aber auch aufgeräumt, aber auch sauber! Ich sag mal, ich habe davon auch sehr viel mitgenommen von Sauberkeit und sowas alles, und schon wegen das Kind und so, damit wir uns mehr mit Jan beschäftigen! Und auch damit wir hier mehr sauber machen! Warten wir auch, wenn du damals ankommst, übernimmst! Nee, nee, äh, Christian! Nee, dann zieh! Weil du nimmst dich nur die Gespräche von Jan! Christian! Dann geh da hin und dann zieh da hin und dann ist gut! Christian! Christian! Du willst doch nicht, ich nehme mich die Zeit hier, Janke, ist ohne dich! Ich habe noch mehr! Ich habe noch mal begonnen, nein! Du lässt sich das von dir in den Remittiven strecken hier vorbei! Ich möchte doch mal mit dir reden! Nee, da werde ich nicht drüber! Ich möchte, Christian! Für mich ist das jetzt auch, weil ich noch! Mach die Kamera aus, erst muss ich Ruhe!